Hey da Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Guide Video. Heutzutage muss ein gutes Deck einstecken und auch austeilen können. Und da habe ich hier genau das richtige Deck für euch und zwar ist es ein Prophecy Mage. Der Prophecy Mage hat eben den großen Vorteil, dass durch die ganzen Prophezeiungen, die einen schon fast selbst verteidigen. Und durch den super guten kontrollierten Angriff können wir dem Gegner halt optimalen Damage verpassen. Das heißt, wir haben natürlich für die nötige Kontrolle den Feuerblitz. Den nötigen Angriff kriegen wir von der Quartiermeisterin. Dann habe ich natürlich ganz viele Prophezeiungskarten drin, wie der Kleriker von Kühne. Die Harpier, das lauernde Krokodil, die Schutzzauberwirkerin, die nur existiert, um die Dolchsturz-Magerin mit Schutzzaubern zu füttern. Die listige Verbündete, um einfach noch ein bisschen mehr Kontrolle auf dem Feld zu haben. Dann Carddraw, Blitz natürlich, die königliche Weise darf auch nicht fehlen. Mystischer Drache und der Schwarmverteidiger, um einfach unsere Kreaturen vor eine Mauer zu stellen. Dann der Schwarze Drache für 4 Magiker, 5,5 und ist im Mund gegen tödlich. Ja, ist schon ziemlich gut. Dann Wolkenruhe Illusionistin, natürlich auch Prophezeiung. Die Iron holt uns noch unsere ganzen krassen Karten wieder zurück. Also unsere Aktionen, wie zum Beispiel den durchdringenden Speer. Dann der Huffinger, weil wir möchten ja schön ins Gesicht gehen. Dementsprechend können wir die dann mit zusätzlichen Gegenständen ausrüsten. Und da ist der für 5 Magiker auf keinen Fall schlecht. Dann der Treue Huskal, auch eben eine Prophezeiungskarte, die einer Kreatur plus 2, plus 2 und Wächter verleiht. Dann die Schicksalsweberin, richtig coole Karte. Da wir ja sehr viele Prophezeiungen haben, ist die Chance sehr, sehr hoch, dass wenn wir die spielen, die nächste Karte eine Prophezeiungskarte ist und wir die direkt ausspielen können. So, der Ankano für den letzten Schliff des Decks, damit wir auch den letzten Schaden machen können. Oder die nötige Kontrolle auf dem Board. Okay, so viel zu diesem Deck. Sollte eigentlich super gut funktionieren. Hab ich so noch nicht getestet. Werden wir aber gleich gemeinsam tun. Bis gleich auf dem Schlachtfeld. Okidoki, das sieht auch nach einer guten Starthand aus. Ja, optimal. So, jetzt haben wir den Stalldolch bereits auf der Hand. Den könnten wir zum Beispiel auch dann später der Dolch kurzemagieren geben, wenn nötig. Der hier wird natürlich von ihm ganz leicht gekillt. Das könnten wir aufhalten mit unserer kreisenden Harp hier. Aber, das ist mir jetzt gerade noch ein bisschen zu useless. Deswegen gehe ich da mit unserem Krokodil aufs Schlachtfeld. Und jetzt werden wir einfach versuchen, konstant Schaden zu machen. Und wenn wir jetzt gut... Ja, ok, wir kommen nicht gut durch. Dann hätten wir nämlich gleich mal eine Karte nachgezogen. Aber, wir können ja direkt unsere Dolchsturz-Magierin spielen. Und damit sind wir dann schon mal ganz gut ausgerüstet auf dem Board. Da wir gleichzeitig ein Schutze schädelt haben. Das wird jetzt auch gleich mal brechen. Hat er jetzt Magiker aktiviert und nichts ausgespielt? Oder habe ich mich jetzt verguckt? Ok. Das Gute ist, wir können ihr direkt auch wieder eins geben. Das wäre auf jeden Fall besser. Ok, perfekt. In der nächsten Runde könnten wir auch mit dem Foliant arbeiten. Ab jetzt ziehen wir sowieso so oder so eine Karte. Er versucht sich klar zu verteidigen. Aber damit haben wir ihn an den Eiern. Ja, damit habe ich eigentlich auch gerechnet. Das ist halt schon ein bisschen nervig so. Okay. Wir könnten jetzt hier mit dem Folianten arbeiten. Oder Stahldolch. Oder Stahldolch. Königliche Weise natürlich auch. Damit hätten wir noch eine starke Monsterkarte auf dem Feld. Unsere Kreatur würde sterben. Das finde ich halt so nicht so toll. Dann wäre der Ostmarsch, Glaubenskrieger und die kreischende Harpie eigentlich ganz cool. Machen wir das nämlich erst mal so. Glaubenskrieger vorbegründen. Und fesseln. Okay, wenn die jetzt überleben, dann könnten wir auch mit dem Harfinger arbeiten. Weil wir würden jetzt auf jeden Fall eine Rune ploppen lassen. Mit dem Harfinger oder der königlichen Weise. Beide Sachen wären gut. Königlicherweise wäre ich jetzt wahrscheinlich cleverer. Obwohl wir mit dem Stahldolch hier durchkommen würden. Und auf jeden Fall Schaden machen könnten. Und zwar mit dem Krokodil. Das Krokodil würde da ein bisschen was bekommen. Das wäre doch gar nicht so blöd. Machen wir das mal so. Okay, die killen wir. Und den hätte ich auch ganz gerne gekillt. So, und jetzt mache ich das hier. Dann spielen wir den Harfinger. Und hoffen mal auf einen guten Gegenstand. Es gibt Schlimmeres. Ich habe schon schlimmere Waffen gehabt. So ein Stahldolch zum Beispiel. Der war scheiße. Aber so sieht das gar nicht so schlecht aus. Ich meine, wir haben hier zwei sehr starke Karten. Und die ist einfach nur anwesend. Wie eine Katze. Aber die könnten wir natürlich auch stark machen. Mit dem Folianten. Okay. Das wird natürlich gefährlich. So, der verteidigt sich des Todes. Okay, der Marodeur muss leben. Das ist mir jetzt persönlich wichtig. Wir spielen den Glaubenskrieger. Ziehen erstmal eine Karte. Und jetzt können wir ihn mit dem Folianten ausstatten. Und jetzt halt kein Mana mehr müssen also hier durch. Okay. Und jetzt können wir halt einfach nur hoffen, dass er die nicht vernichten kann. Wenn er die nämlich nicht vernichten kann, dann hätten wir da eine ziemlich gute Chance, noch mehr gute Waffen zu bekommen. Dann würde der Marodeur ihm natürlich sehr zu schaffen machen. Okay. Das sieht man echt schon sehr selten, obwohl es eine richtig, richtig geile Karte ist eigentlich. Okay, gut. Wir machen auf jeden Fall sowas hier. Spielen die königliche Weise. Entzug. Würde ich doch eigentlich gar nicht so schlecht. Geh mal rein. Durchbrechen ist halt nur so mittelgut, ne? Wir konnten schon ganz gut Schaden machen. Okay. Mit dem zweiten Schaden, jetzt kann er ja vier machen, wird er auf jeden Fall die königliche Weise töten. Dann hätte er aber immer noch hier die, die er töten. Okay. Der ist auch weg. Dann wäre immer noch der da. Der ist natürlich extrem gefährlich jetzt, ne? Ab jetzt haben wir sowieso keine Wahl. Wir müssen hier ins Gesicht gehen. Und jetzt würde ich sagen, spammen wir das Board voll. Machen wir es mal so. Hier im Schatten. So. Und hinter einer Verteidigung. Okay. So, jetzt darf er sich entscheiden. Der wird natürlich mit dem Schaden hier diese Karte töten. Aber dann hätten wir immer noch die hier. Und wenn die durchkommen würden, dann könnten wir mit dem Feuerblitz den letzten Schaden machen. Und schon wird er tot. Wir müssen halt jetzt echt schnell machen. Und ansonsten fängt er an, Sachen zu machen. Das ist natürlich nicht so toll. Vor allem damit. Und das ist eigentlich so das Gefährlichste. Okay. Den können wir zum Glück entfernen. Der hat immer noch durchbrechen. Wäre halt also cool, wenn wir den hätten stärker machen können. Wir machen das nämlich so. Achtung. So. So. Und jetzt. Achtung. Da war das klug. Leider war das klug. Und zack. Oh. Läuft gut heute. Läuft gut. Den mystischen Drachen würde ich gerne lieber als Pro Verzeihung ziehen. Und die zwei Karten können wir eigentlich behalten. Das ist nicht so schlecht. Zum große Bürger. Okay. Wir haben zum Glückwürdig die Quartiermeisterin. Dann können wir direkt mal Druck aufbauen. Ich ehre und preise euch. Mehr könnt ihr nicht. So. Jetzt werden wir direkt mal noch mehr Druck aufbauen. Mein Freund. So. Welche von den Beinen ich beschütze, ist eigentlich total egal. Aber da sie jetzt schon zwei Damage gemacht hat, finde ich, hat sie ein Schutzschild verdient. Ihr habt eine Chance. Okay. Die ist schon mal down. Okay. Nochmal einen Schaden. So. Wir spielen erstmal die hier aus. Weil jetzt haben wir Glück und ziehen einen Feuerblips. Den können wir dann benutzen, um den Typen da down zu machen. Oder eventuell. Ja okay. Den nicht unbedingt. Aber irgendwas, was uns gefährlich werden könnte. Auf der anderen Seite. Okay. So langsam wird er doch gefährlich. Deswegen werde ich mich hier gleich um ihn kümmern. Machen wir mal so. Dann. Powern wir den mal weg. Und verteidigen uns weiter. Was heißt verteidigen? Bauen unseren Angriff mehr aus. Das meinte ich damit. Ich bin schon so auf Control getrimmt, ja. Weil die meisten meiner Decks doch leider aus, äh was heißt leider, mehr als Control Decks bestehen. Das Schlimme an unserem Gegner ist, dass er sehr schnell sehr gefährlich werden kann. Und worauf er jetzt plädiert, ist einfach, dass er versucht mehr Schaden zu machen als wir. Ist ja ganz klar. Aber das werden wir zu verhindern wissen, Leute. Okay. Wir müssen unsere Karten nur gut managen. Und das dürften wir eigentlich hinbekommen. Allzu viele Prophezeiungen dürfte das Deck nicht haben. Und genau jetzt ploppt einer auf. Aber jedenfalls nichts, was groß vernichten würde. Ich glaube, der baut damit einfach nur sein Board auf. Genau. Okay. Der ist natürlich sehr nervig jetzt mit seinem Scheiß... Bah! Okay. Jetzt kommt eine Planänderung. Wir brauchen unseren Stahldolch. Ansonsten kommen wir an ihm ja gar nicht vorbei. Oder... Wir spielen unseren Treue Huskal. Und verstärken hier einfach. Das wäre natürlich auch nicht so dämlich, ne? Ich würde mir halt ungern den Damage entgehen lassen. Okay, machen wir das so. Jetzt habe ich auch... Bam. Und gehen hier rein. So, jetzt konnten wir in der Runde leider keinen Schaden machen. Aber wir haben ja noch Verteidigungskarten. Und die werde ich dann auf jeden Fall nutzen. Wir können uns auf der Seite mit dem Schwarmverteidiger immer noch verteidigen. Von daher ist es nichts verloren. Und wir haben genug Prophezeiungskarten im Deck, die demnächst aufploppen werden. Und damit hätten wir eigentlich unsere Verteidigung bereits gesichert. So, dürfte aufploppen. Jawohl. Okay. Er geht rein. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir Schaden machen. Und den Schwarmverteidiger könnten wir mit einem Schutzschild ausstatten. Damit hätten wir da schon mal eine bessere Verteidigung. Das klingt nach einem Plan. Okay, wir gehen erst mal mit den wichtigen Karten hier rein. So. Mehr Schaden. Noch mehr Schaden. Oh. Okay, machen wir so. Dürften das Ding gerissen haben jetzt? Was war das jetzt? Gib einer zufälligen Kreatur und einem zufälligen Gegenstand auf deiner Hand. Plus zwei, plus zwei. Das ist schön und gut, aber an der Verteidigung kommt er jetzt nicht so leicht vorbei. Das heißt, er kann nicht genug Damage machen. Und wenn er versuchen würde, genug Damage zu machen, hätten wir immer noch gute Prophezeiungen. Und unter einem der guten Prophezeiungen dürfte auch dieser Speer sein. Mit dem Speer können wir dann die gefährlichen Kreaturen auslöschen. Und auf der Seite ist eigentlich sein Tod. Lass mich kämpfen! Mit unserem Dienst ehren wir Kühne! So. Weil jetzt muss er erst mal hier vorbei und kommt nicht. Denn dann würde er seine Kreatur sterben. So, jetzt haben die anderen schon mal kein Durchbrechen mehr. Schon mal super. Okay. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass er das nochmal reißt. Jetzt habe ich euch. Vor allem nicht, wenn wir einen Feuerblitz haben. So, okay. Coole Sache. Richtig coole Sache. So. Wir behalten diese Hand. Die ist eigentlich ganz okay für den Start. Zum große Bürger. Ja, der sollte uns jetzt nicht so arg behindern. Okay. Spielen wir erst mal das, was den größten Schaden macht. Oh, Haringa. Ist ja gut. Greifen wir an. Geben ihm noch ein bisschen mehr Leben, damit er auch überlebt. So, in der nächsten Runde ist dann der mystische Drache an der Reihe. Okay, der muss Sachen einsetzen. Schon mal gut. Natürlich ist es nicht gut, dass unsere Kreatur gestorben ist. Auf keinen Fall. Aber damit hat er die Kater schon mal rausgehaut. Und die nervt er nicht am Ende. Und jetzt lässt er uns schmoren. Weil er zickt. Und sagt, wie ist dein Wälder? Doch nicht. Okay. So. Wenn wir Glück haben. Überleben beide. Und wir können Haringa spielen. Und dann kriegt er hier eine Waffe. Und dann geht es richtig rund. Weil es scheint mir so, als ob er nicht so viele Möglichkeiten hat, irgendwas zu entfernen. Jetzt, wo er den Blitz verbraucht hat. Okay. Und jetzt Haringa am Start. Und drückt mir die Daumen. Ist, ist okay. Ich habe mit was geilerem gerechnet. Aber jetzt hat er wenigstens Regenerieren. Dann mach ihm ruhig mal Schaden. Komm, mach ihm Schaden. Jetzt hat er ihn noch verstummen. Nehmen wir unser Schicksal selbst in die Hand. Aber okay. Der könnte jetzt einfach wieder eine Karte, äh, wieder eine Waffe haben. Ist ja alles möglich. Für die Kriegerfrau. Ich gebe aber lieber Haringa erst mal eine. Okay, was war das nochmal? Löse die Beschwörungsfähigkeit des Trägers aus. Aha. Der hat aber nichts Beschwererisches. Okay. Jetzt kriegt er hier auch noch eine Waffe. Jawollah. Zack. Okay, okay. Okay, wenn die überlebt, dann fressen wir fünf Schaden, ne? Das ist gut. Und dann bleibt eine Prophezeiung. Danke. Danke, Urz. So. Wir bauen jetzt hier links noch ein bisschen was auf. Und nun ist die Folter komplett. Ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, das Spiel geht jetzt einfach nur Karten, um Karten zu spielen. Okay. Das war's dann auch wohl. Und was bekommt ihr für ein Gegenstand? Okay. Okay. Du hast mir sehr gute Dienste geleistet. Bam. Coole Sache. Cooles Deck. Macht's unbedingt nach, Leute. Unbedingt. Okay. Nö. Nö. Oder vielleicht doch. Wir könnten von Anfang an ziemlichen Druck machen. Nö. 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 Wir bräuchten jetzt erstmal kleine Kreaturen. Das sieht schon besser aus. Wir machen direkt mal von Anfang an Schaden. Die Ausbildung ist vorbei. Zeit zu kämpfen. Die ist natürlich scheiße. Aber okay. Wir haben unser lauerndes Krokodil. Und in der nächsten Runde können wir die dann töten. Und können unsere Kreaturen dann verteidigen. Also von der Kurve her ist es gerade gar nicht so schlecht. Okay. Doch nicht. Wir können dich nicht besiegen. Boah, der haut alles raus, ne. Okay. Hm. Wir müssen hier solche Sachen machen. Und die muss weg. Ansonsten wird sie uns die ganze Zeit auf den Geist gehen. Aber wir haben zum Glück unseren Schwarmverteidiger. Und jetzt dürfen die erstmal an dieser Mauer zerschellen. Und wie ich es mir gedacht habe, der macht erstmal nichts. Ich werde aber hier ins Gesicht gehen. Ich muss nämlich mal einen Schaden machen, damit wir den Ostmarsch Glaubenskrieger spielen können. So, jetzt haben wir die gute Dame. So, die werden ihn gemeinsam töten können. Und das heißt, wir räumen den hier aus dem Weg. Und jetzt kommt er dann nicht mehr so leicht vorbei. So, und wir können eigentlich ganz guten Schaden machen. Und in der nächsten Runde könnten wir die Schicksalsweberin spielen. Und hätten somit nochmal einen großen Versuch, nochmal eine Karte aufs Board zu bekommen. Oder wir spamen ihn einfach mit listigen Verbündeten zu. Das wäre eigentlich auch ganz cool. Ja, das klingt eigentlich recht klug. Jawohl, dann dürfte die nächste ein Effekt auch ploppen. Und wir haben durch die Feuerblitze eine ganz gute und solide Verteidigung gegen unerwünschte, kleine, blöde Kreaturen. Okay, er macht die andere Seite voll. Ungewöhnlich. Damit hätte ich jetzt eigentlich nicht gerechnet. Was hat er vor? Okay, wir werden erst mal reingehen. Okay. Spielen natürlich die Schicksalsweberin. Und den mystischen Drachen. Der kann dann halt eben links für ein bisschen Tumult sorgen. Der wird die jetzt hundertprozentig irgendwie verstärken. Und dann bräuchte er nur zwei Stück, um hier rein zu gehen. Aber wenn er das macht, dann hat er nicht mehr genug Karten, um die Seite hier aufzuhalten. Obwohl, ich weiß, was er vorhat, Leute. Ich weiß, was er vorhat. Er hat die Karte, wo er auf einer Seite alle Kreaturen zerstört. Aber wenn er das hat, dann würde er so viele Karten sicherlich nicht spielen. Das ist ja irgendwie komisch. Okay. Dann werden wir das mal so machen. Wir räumen erst mal hier diese Verteidigung aus dem Weg. und geraten an. Gehen hier mit rein. Okay. Und brauchen nur noch einen Schaden zu machen. Und das dürften wir hinkriegen. Vor allem wenn wir sowas hier machen. Und unsere wichtigsten Karten beschützen. Und dann beschützen wir die halt mal. Ne, der wär Luxus. Der wär riesiger Luxus, wenn wir den spielen. Okay. Ich will schon noch irgendwie auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass er jetzt am Ende noch irgendwelche krassen Sachen macht. Oder wir warten einfach, bis er aufgibt. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. När ist es dann ja immer wieder. Na, wenn du deine Jele hinweg Nate into und dann geht es inmad 2004 Und dann geht es dir kinda klar. 全部. Ja. 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 Ja.